Aha, aha, ja, ja, Ladebildschirm ist ganz schnieke, alles, ja, ja. So, und da sind wir wieder. Ach, wir sind doch schon. Ja, ich glaube, das ist genau das Richtige, da ist, da ist wohl letztes Mal die Aufnahme abgekackt ist. Oh ja. Ja, cool. Ja, da machen wir das einfach noch mal. Ne, ich kann sie ja nicht, die Aufnahme ist ja am Arsch. Die Fraps macht es dann so, dass, der endet dann die Dateien nicht und dann sind die Dateien unbrauchbar. Okay. Oh fuck, ich liege. Das ging aber schnell heute. Ach ja, 4 nimmst du ja mit Fraps auf, fällt mir gerade da. Ja, das geht mit Open Broadcaster leider nicht. So Leute, hallo, erstmal willkommen zurück hier bei 4. Oh, ich kann ja ein bisschen, ich kann ja ein bisschen humpeln, ist ja cool. Das kann man ja... Das ist ein bisschen humpeln, was? Ja, ich kann mich so wegrubben vom Geschehen. Kommst du mal, ich bin fast tot. Wo bist du denn? Ja, ich bin tot. Ich seh dich nicht mal. Ich seh, mir wird nicht mal angezeigt, wo du bist oder so. Oh, jetzt sind wir beide tot. Und Tollpunktladen. Naja, whatever. Dann folgt mir gleich mal am Anfang. Wir gehen in das Haus rein, wo du einsetzt. Spätst du gut mit anderen im Team? Teilst du oder stehst du Seelenbänder? Also situationsbedingt. Wenn du mir fübst, wenn du mir da auf den Sack gehst. Ja, siehst du mich? Komm mit, komm mit, komm mit. Hallo. Ah, da ist Febs. Ja, letztes Mal ist mir da wieder mal, wieder mal, meine Festplatte abgekackt. Und, äh, meine Festplatte abgekackt und da ist dann die Aufnahme am Arsch gewesen. Naja, und die ist das, ne? Man down! Hier, guck mal, noch einer. Warte mal, liegt hier wat? Hier sollte ein Sniper sein. Ein Seelenband. Teile die Seele. Aber ist ein richtiger. Richtig großzügig heute. Best Buddy hier, Best Buddy. Hier, guck mal, ein Sniper. Ich hab mir auch schon an den gekrallt, weil da hinten kommen jetzt welche. Because? Hey, ich will auch Snipern. Das wär auch noch Gegner. Hey, wo sind die? Hey. Scheiße, scheiße. Aua, aua, aua. Äh, Kuh. Kuh? Ja, Kuh ist ducken. Ach, den hast du Gott. Kuh ist doch nicht ducken. Also bei mir auf jeden Fall. Komm, zeig dich. Schön gemacht. Weiß ich. Könnt ihr ja glatt hier Battlefield spielen oder was ist so ein Kram da? Also neumodisch. Ich hab grad eigentlich nicht mit dir so geredet, aber ich muss. Arschloch. Ich hasse dich, Mann. Ich hasse dich einfach nur. Alter, wie schnell sind die denn? What the fuck? Hier, komm, dick Double Kill. What the fuck? Das war sein Bein. Wie mies. Fresse. Hey, du sollst die Leute in Ruhe lassen, Mann. Können auch nichts dafür. Die können auch nichts dafür. Scheiße. Komm her. Kuh, Mann. Ich kann auch noch. Ah. E, C, D, E. Ah. Ach so, da duckt man sich hier so. Hey. Everybody down. Everybody down. Everybody was Kung Fu fighting. Ach so, wir haben unterschiedliche Liederarbeiter. Hey Mann, ich will dich treffen, Mann. Oh, da kommt ein Heli. Pass auf. Ach, du bist ja da unten. Hallo. Hi. Hallo. Hier, like in GTA, den Piloten abschießen. Ich glaube, das funktioniert nicht. Oh, ich gehe gerade die Treppe hoch. Ah. Leck mir doch die Nüsse. Wuhu. Was passiert denn? Keine Ahnung. Na, guck mal. Ich glaube, wir sollen da über den Zaun rüber. Wo denn? Wo denn? Kann ich den Roboter nehmen? Wee. Hey, hier sind Waffen. Du musst deinen Körper besitzen. Was ist das für ein... Hier. Penis? Ich habe gerade gay gehört. Nein, hast du nicht. Nein, doch, ist so. Warte, Roboter? Ja, du kannst ihn nur nehmen, Alter. Weil ich... Geil. Weil ich kein Körper verpacken habe. Geil. Dann schieß mal hier, glaube ich. What the fuck? Renn. Schieß mal da rauf. Schieß mal da rauf. Wie geil. Junge. Mann, ich will auch einer. Was ist da los? Eskalation. Ich glaube, du musst hier auch die Dinge inschießen. Ja. Eskalation. Eskalation. Wow. Hier, komm, wir reißen Wände ein. Allianz, wir machen den Weg frei. Hier, da. Ach so, du bist da durch. Die Allianz hätte so einen Roboter als... Ey. Was kotchen? Da. Hallo. Da. Oh, so geht es auch raus. Und ich das jetzt einreißen? Komisch. Okay, wo geht es lang? Da nicht. Hier. Da nicht. Hier ist ein Fernseher. Echt jetzt? Leck mir doch die Eier. Robert, mach ich fertig, mach ich fertig. Ich hab Angst. Mama. Mama. Scheiße. Was geht denn jetzt? Hältst du in der Hand? Hä? Oh. Schon kaputt? Jupp. Ja. Das ist Technik aus China, man. Die hält nicht viel aus. Ja, schubst mich noch mehr weg. Schubst mich noch mehr weg. Ey, denn? Ja, du. Ja, ich bin halt fett. Lass mir gleich mal einen Typen übrig. Hallo, Leute. Damit ich wenigstens schießen kann. Oh, jetzt gehen wir auf. Oh, Entschuldigung. Falle alle weg. Hier sind tausend. Tausend. Zerstören die. Ja. Bringen sie um. Wir können die nicht treffen, Mann. Und, ach, Rubschrauber. Ey, wächst mein Penis eigentlich mit, mit dem Anzug. Wäre gut zu wissen. Ich bin jetzt wieder aus so einem Spielplatz. Nicht wundern. Oh, ne Rutsche. Kann man da hochlaufen? Moment. Ja, kann man. Das hab ich früher auch immer gemacht. Hey, du bist ja auch hier. Okay, ihr rät halt nicht mit mir. Hallo? Ich war grad beschäftigt. Jetzt komm einfach. Aber du siehst es auch hier, ne? Nein, natürlich seh ich das. Ich glaub, da liegen wir. Sieht ganz lustig aus. Guck mal, hier. Das bist du. Bin ich das? Das bin ich. Ich seh gleich scheiße aus. Scheiße war das. Geht weiter. Wiii. Alter, da ist meine Waffe effektiver. Könne ich wieder aussteigen? Nein, die ist schon nicht effektiver. Doch, man kann aussteigen. Ja, lass mich rein. Kannst du rein? Ja. Ja, könnte ich nen Körper abschauen, aber sonst nicht. Ja, siehst geil aus, Mann. Ich würde dich glatt von... Warum kann ich nicht vorwärts gehen? Von der Seite. Oh, das ist ja ein richtiges Kompliment hier. Lol. Ja, lauf erst mal vor. Mach erst mal. Lol. Wenn du zu oft schießt, dann werden dir eine Hände zu heiß. Ja, das hab ich mittlerweile auch... Kann ich eigentlich irgendwie angreifen, so nahkampfmäßig? Ja, bestimmt. Sollte dir mal ein bisschen helfen, fällt mir gerade ein. Ja, du hilfst mir gerade überhaupt. Was machst du denn? Ich glaub, wir mussten da sogar raufschießen, sonst würden wir nicht durchkommen. Ne, 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 wir wissen doch. Ey, soll ich da mal durchgehen? Das muss man kaputt machen. Ich glaub, da hinten kommen welche. Ah, ich sieht. Ja, komm, lauf dich durch. Da ist Strom. Ein Moment, bitte. Ich muss mir einfach verwechseln. Ja, hier kann man so durch, anscheinend. Ja, dann folg mir am besten. Everybody was Kung Fu fighting. Ich bin so schlecht in solchen Spielen, man. Egal. Egal. Ich hab's dir gekauft, spiel's. Na, in so welchen Spielen muss man eigentlich von der Technik her gar nicht gut sein. Eher wie ein Battlefield oder so. Oh, hier ist ein Spiele. Ja, die will ich haben. Alter. Penis. Ich glaub, du musst mir gleich mal aus... Ach, da ist immer noch einer. Das ist der Punch dahinten, wollte ich eigentlich sagen. Äh. Sind hier noch Waffen? Hast du noch was übrig gelassen? Nö. Doch. Ja, doch, da hinten liegen wir welche. Hey, da sitzt ein... Oh, guck mal, da hängt einer. Der sieht nicht gerade... Oh, scheiße. Was geht'n jetzt ab? Äh. Ja. Iron Man! Aufschießen? Iron Man! Ne, doch nicht. Hallo. Schnauze hier. Schnauze! Ich hab' nicht gesagt, man hat die Fresse. Ich glaub' wir müssen auf den, äh... Elektro-Kirchen da schießen. Ne, da würde das... Da würde das Fadenkreuz rot werden. Wir müssen erst mal die Gegner hier killen. Kennst du doch, kennst du... Alter, von allen Seiten hier, what the fuck? Mein Körper wird scheiße. Mein Körper wird scheiße. Wie, dein Körper wird scheiße. Ja, wenn... Ich kann ja nicht so lange... Wenn ich zu lange, äh, wenn... Wenn ich keine Energie oder sowas... Mein Handy ist noch nicht. Wir müssen es gleich mal übernehmen hier. What the fuck? Ja, explodiert alles, Junge. Ja, weil ich... Wir müssen da wirklich drauf schießen. Nein, wir müssen die... Wir müssen die Tanks hier kaputt schießen. Oder was auch immer hier drum steht. Nein, da müssen wir nicht drauf schießen. Alter, was ist denn hier los, Mann? Auf die Umgebung. Alles kaputt machen. Geh, jetzt reicht's mir. Geh! Hier ist gar nichts zum kaputt machen. Äh, wie kann ich denn die Granate wechseln? Weiß nicht, mit 4 und 5 oder 5 und 6 oder so. Ja, 6 und 7. Kriegst du das hin? Oder bist du schon tot? Nö, 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 ich lebe noch. Noch. Ach, ich bin rot. Ich auch. Ich glaube, ich bin Overpower. So, jetzt habe ich alles... Jetzt bin ich unten. Ich liege, ich liege, ich liege. Ja, sehe ich, sehe ich, sehe ich. Held, nee. Ah, nee. Warum kann ich nicht E drücken? Jetzt kommt, komm, komm, komm. So, jetzt bin ich wieder voll da. Jetzt geht's mir richtig los hier. Action. Action zu ihr, hey. Ich bin schon wieder aus dem Körper draußen. Alter, was ist hier los, Junge? Weißt du? Warum werde ich andauernd so rot? Als ob ich heiß werden würde. Ne. Du bist doch total heiß. Mann, hör doch... Was? Ich bin tot. Lol. Kannst du mir doch helfen? Ja, warte. Ich muss hier gerade nochmal alles ein bisschen... Lol. Ich bin tot. Ich auch. Gut, wir haben ja Kontrollpunkte. Hoffe ich mal. Was wollen wir trinken hier? Alter, Kacke. Ja, ja. Wenn mal los, komm. Aber jetzt wissen wir ja, was wir zerstören müssen. Wir müssen die Dinger hier überall zerstören. Alles, was du siehst, alles kaputt machen. Ach, die Dinger auch. Ja, alles. Oh. Aber nur wenn die leuchten, glaube ich. Ja. Alter, was ist hier los, Junge? Wasch, ich liege. Ich liege, ich liege, ich liege. Wo bist du denn? Wo bist du? Ja, hier hinten. Ich bin gerade richtig angegriffen. Ja, ich... Ich bin gleich auch tot. Ich hole nicht mal. Was ist hier los? Die Deckung. Ich werde angegriffen, richtig. Ja. Ich muss mal hier in Deckung gehen. Q. Q! Drück doch Q, Mann! Was machst du denn da? Ich suche Deckung. Das ist doch hier nicht wahr. Ja, du machst das. Ja, wenn die leuchten, musst du draufballern. Ja. Ist, ist, ist so. Gib mir Seelen. Alter, wo kommen die her, Mann? Kurze, kurze. Eine noch, eine noch, die hier vorne. Granate. Granate. Granate, jetzt steht doch auf. Hallo. No. Oh. Oh, jetzt tot. Ich glaube, jetzt tot. Ist alles weiß. So schwer war es doch gar nicht. Nö. War jetzt auch nicht so. Nö, ja. Erst mal noch ein Stück. Lass mal runter. Wollen wir hier nicht erst mal Folgenpause machen? Ja, das können wir tun. Ich kann meine Maus nicht bewegen. Ach so. Ja, in der neuen Szene fangen wir dann weiter an. Tschüss. Mach's gut. Mach's gut.